Hallo zusammen, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ja, dass man dies oder jenes nicht ins Klobecken schmeißen soll, das wissen wir alle, das ist ganz verständlich. Aber bitte kein Toilettenpapier in die Toilette werfen, dafür stehen separate Abfereimer zur Verfügung. Wir stellen uns das gerade bildlich vor, wenn man dann mal sein großes Geschäft erledigt hat. Eine Meldung, die den mündigen Wahlbürger, den Souverän dieses Landes beruhigen wird. Eine der großen Clan-Größen, die wurde jetzt abgeschoben, also ein Schwerverbrecher musste das Land verlassen. Und der Michel kann sich zurücklehnen. Kriminalität, ade, alles ist wieder. Friede, Freude, Eierkuchen. Friede, Freude, Eierkuchen und die Welt ist in Ordnung, auch für einen Mann, der 411 Tage an Corona litt. Die Ärzte haben ihn endlich geheilt. Na, das ist eine gute Meldung. Der wurde einfach beim Test den zweiten Strich nicht los. Wir fragen uns, hatte er 411 Tage lang auch Symptome oder ist es nur um den zweiten Strich gegangen? Und wie haben die Ärzte es geschafft, eine Krankheit wie Corona nach 411 Tagen zu heilen? Bitte um Antworten. Unsere Altkanzlerin, man hatte sie auch Mutti genannt, also können wir auch sagen, unsere Altmutti ist zu Herz aller Liebst. Sie spart ganz vorbildlich und bittet doch die Bundesregierung, Ihr Büro, Ihr Büro, das Sie jetzt noch nutzt, mit den 20 Mitarbeitern doch vielleicht etwas bescheidener auszustatten. Das ist sehr schön, Frau Merkel. Das ist sehr lobenswert. Wir freuen uns, dass Sie statt mit 20 vielleicht mit 18 Mitarbeitern auskommen und dass der Fußboden nicht aus Elfenbein und Gold sein muss, vielleicht nur Granit. Einfach rührend, liebe Mutti. Ja, der Papst und auch der Bundeskanzler, die sehen die Welt am Abgrund. Also der Papst sieht die Welt am Abgrund. Und der Bundeskanzler, der hat aus der Ferne ja uns mitgeteilt, dass er sich sorgt, dass es vielleicht eine Atomeskalation geben könnte. Auch das ist sehr vorbildlich, dass sich die Herrschaften so riesen Sorgen um uns machen. Da sind doch unterm Strich die Kosten für Merkels Büro und für die Auslandsreisen des Kanzlers sinnvoll angelegt. Ja, Frau Neubauer, wir kennen Sie alle, eine führende Klimaaktivistin. Die ist jetzt sehr bestürzt über den Tod der Radfahrerin, den eventuell die Klimaaktivisten der letzten Generation mitverschuldet haben. Aber sie sorgt sich darum, dass der Tod dieser Frau instrumentalisiert wird. Liebe Frau Neubauer, Ihre Beileidsbekundungen können Sie sich sparen, wenn Sie im gleichen Atemzug so eine Äußerung machen. Die Klimaaktivisten scheren sich wenig darum. Wir haben viel gewarnt, viele Leute haben gewarnt, dass die Rettungskräfte im Notfall nicht durchkommen würden. Sie haben das trotzdem alles so gemacht, wie sie es gemacht haben. Und da wir mal nicht annehmen, dass sie für Dummheit so strotzen, nehmen wir an, und das ist unsere persönliche Meinung, dass sie doch eine gewisse menschenverachtende Grundhaltung haben. Zum Schluss noch ein Wort zum Begriff Instrumentalisierung. Es werden ja diese Vokabeln oft benutzt, um irgendwelche Menschen zu diskreditieren. In diesem Zusammenhang sieht man ganz klar, das Wort Instrumentalisierung, das könnt ihr euch in Zukunft auch sparen. Es hat seinen Wert verloren, es hat nichts wert, und es bedeutet einfach nur, dass ihr nicht wisst, wovon ihr redet. Leute, in diesem Sinne, schaut weiter über den Tellerrand. Lasst euch weiterhin keine Angst vormachen. Angst muss nur der haben, der sich Angst machen lässt. Habt keine Panik. Ja, und geht hinaus, sagt eure Meinung. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Wir sehen und hören uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und ciao. Musik 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 Vielen Dank.